Also, hallo Leute, ihr gebt einfach starstable.com ein und da kommt ja diese Seite. Also, ihr seht jetzt Gutschein-Codes, wie man das macht. Dann geht ihr auf mein Konto, geht auf mein Account und hier stehen ja ganz viele Sachen. Dann geht ihr auf Gutschein-Codes und da steht der Gutschein-Code. Und da könnt ihr dann die Sachen eingeben. Ich habe ja auch ganz viele Videos gemacht, wo das ist und das lege ich jetzt einfach hoch. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!